Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist MyMonstern, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spiele ich mal, äh, leider alleine. Aber trotzdem, ich spiele Fall Guys. Die Season 3 habe ich vor einer Woche oder so abgeschlossen. Also ich bin jetzt maximal Level 40, da habe ich auch diesen schönen Skin hier bekommen. Ein Walros. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in die erste Runde und sehen uns dann gleich wieder. So, wir starten mit Tundra-Lauf. Überwinde die frostigen Hindernisse und renne zur Ziellinie. So. Das kenne ich ja schon oder ich weiß nicht, ich denke, das habe ich auch schon mal im Video gespielt. Kann sein, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall sehr nice game. Später werde ich wahrscheinlich wieder früh früh im Stream, also schalte da auch wieder ein. Mal sehen, ob wir dann heute Abend die 200, äh, 330 Abonnenten knacken. Das wäre natürlich richtig nice. Ja, ich würde sagen, dann starten wir jetzt erstmal. Let's go. Oh, ich bin einfach so groß. Das ist unfassbar. Jetzt geht nochmal weg. Übrigens sehr nice, der Tassen-Skin, der ist gerade im Shop, aber, äh. Nein, nein, nein. Uhu. Okay, gerettet, gerettet, gerettet. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie knapp war das denn? Und. Juuu. Wow. Alter, sind wir hoch. Jo. Oh mein Gott. So, okay. Let's go. Rein. 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 Ja. So, okay. Als nächstes haben wir Hindernis-Rennen. Einer meiner Lieblingsspiele. Muss ich echt sagen. Finde ich richtig einfach. So, das als zweites Game kommt gut. Ich glaube, dann wird das dritte Game jetzt nicht so mega nice, aber. Natürlich immer gucken. Und sprung. Und sprung. Yes. Nice. Okay, geschafft. Über den regulären Weg. Und da wurde ich einfach weggeboxt. Auf die andere Seite. So. Okay, rein. Los, 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 los. Oh mein Gott. Nein. Nicht. Nicht an. Nein. Nein. Renn. Renn. Booty. Jo. Alles klar. Erstmal voll ausgenockt. Hallo. Tut weh. Okay, komm. Komm. Kommt. 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 Da noch. Da noch. Da noch. Bitte. Ich will schocken. Finde ich richtig einfach. So, okay. Angenommen, eine neue Runde mit Ritterparcours. Starten wir jetzt wieder. Und let's go, let's go, let's go. Die schwingenden Ecks am Anfang. Am Anfang ist noch komplett easy. Da muss man halt einfach nur ein bisschen aufpassen. Diese Dinger, da habe ich immer den kleinen Trick, dass man immer gegen die Richtung läuft, wo diese Zacken herkommen. Ja, das klappt auch nicht immer so gut. Und hier einfach an der Seite entlang und springen, springen, springen. Nein. Au. Nein. So knapp. Geht doch mal weg, geht doch mal weg. Leck. Leck 10.000. Oh nein. Jetzt tut es weh. Na, das kann nicht sein. Wenn ich das jetzt wieder verliere, das wäre unfassbar. Unfassbar wäre das. So, so. Ja, nee, das könnte ich nur noch schaffen. Ich glaube, das schaffe ich auch noch. So, qualifiziert. Besser ist das. Oh, als ob. Immer nur so leichte Spiele jetzt, oder was? Jetzt haben wir wieder schwindelnde Höhen. Auch sehr, sehr nice game. Ja, geschafft. Geschafft. Riesen fette Kugel. Fette Kugel. Fette Kugel. Ja, schieb sie zurück. Komm schon. Ja. Geil. Danke. Easy durchgekommen. Easy. Okay, komm. Okay. Durch. Drüber, drüber, drüber. Drunter, drunter. Let's go. Let's go. Und bap. Nice. Das klappt perfekt. Wir haben es geschafft. sind mal wieder qualifiziert. Das ist das. Da kommt einfach schon so dieser Regenbogen-Effekt, bevor ich noch nicht mehr qualifiziert war. Nein. Ich sag noch, es kommen nur so leichte Spiele und dann kommt einfach Ausweichmanöver. Was soll das? Vollgeist, was soll das? Warum tut ihr mir das an? Ausweichmanöver ist einer der dreckigsten Spiele in diesem Spiel. Fühlt sich zwar komisch an, ist aber so. Gerade ist unsere Seite ganz gut dabei. Das dumme ist halt. Ausweichmanöver kommt doch immer nur, wenn es so eine ganz, ganz enge Zahl an Leuten ist, die noch qualifiziert sein können. Aber wir haben es geschafft. Nice. Wir haben es geschafft. Richtig. Blockparty. Muss ich sagen, finde ich nicht so schlimm. Das geht auf jeden Fall, das Game. So, okay, let's go. Eins. Go, 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 go. Okay, es geht los. Blockparty ist immer wirklich gar nicht schlimm. Also, das ist ja nicht. Hier kommen dann die Blöcke. Genau. Das Ende ist manchmal ein bisschen tricky, muss ich sagen. Aber da... Da muss man nochmal aufpassen. Aber ansonsten... Alles. Voll in Ordnung. Und let's go. Ui. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Okay, jetzt werden die Dinger leicht schneller. Aber jetzt gleich geht's los mit diesem... Mit diesem... Ja, ja. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Nein, mit den Balken. Aber obwohl, mit den Balken ist nicht so schlimm, als mit den anderen Dinger. Balken finde ich sogar ziemlich einfach. So, meine Freunde, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das gerne, meinen Daumen nach oben da abonniert, meinen Kanal aktiviert die Glocke. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer MamaSdaM. Ciao. Ciao.